Willkommen zurück zu Batman Icam Asylum und ich bin Digigamer. Holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicy. Bleib stehen, Batman. Ich warne dich. Ja, bleib stehen, Batman. Du willst doch nicht noch mehr Blut an deinen Händen, oder? Ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch rennen. Die Einstellung ist richtig. Mach sie fertig. Ich muss den Mord begehen. Ich kann nicht. Wart. Du Monster. Du gemeines, fieses, fieses Monster. So geht's einfach. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich hab versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee. Eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich hab sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat Literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Autsch. Arme Dr. Young. Man weiß ja, wie sehr Mr. J Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir der Geiler? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Schlag ihn nieder! Du bist tot! Wir haben ihn nicht drauf! Hey, was ist das, was du machst denn? Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstouren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Dusches hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück! Ich bin einig. ich dachte du hättest das schon vor einer stunde das ist das Und drei. Oh, nö. Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Was? Kommt von der Seite! Oh ne, dachte ich kann nicht aufhängen. Warte, ist doch... Bissches! Steht sie auf der Ältere. Du musst zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Ich kann nicht mehr sehen, wo er hin ist! Ich kann ihn nicht mehr sehen! Ich bin sicher, es kam von da drüben! Die Fredermaus ist zurück, er ist hier! Ich geb dir Deckung! Ey! Ich bin sicher, es kam von da! Die Fredermaus ist zurück, er ist hier! Die Fredermaus ist zurück, er ist hier! Aaaaaaaaaah! Hälter hoch, über uns! Ich werde dich töten! Bugdraht. Ich bin sicher, ich kann von ... ... ... ... ... ... ... Oh Ich finde dich. Was war was? Komm schon! Zeig dich! Ist das alles, was du drauf hast, Batman? Ich bin sicher, es kam von da drüben. Achtzeit zu sterben, Batman. Das hier drüben! Hey, ich kann das den ganzen Tag machen. Ich auch. Ich auch. Ich bin sicher, es kam von da drüben. Was war das? Los, zeig dich! Ich nehme die Tür! Ich nehme die Tür. Ich nehme die Tür. Ich nehme die Tür. Tschüss! Ich nehme die Tür. Ah! Mist. Hm. Hm. Machen wir bei der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Batman. Welcome Asylum. Und ich bin euer Tichigamer. Tschüss.